Servus und hallo, ich begrüße euch, ich werde euch mal wieder was Neues in Itemshop zeigen, let's go Freunde. Und wie man da schon sehen konnte, ist die Winter Wunder Sky drin, die schauen wir uns mal, oh, kostet 1200, schaut richtig nice aus. Und ganz wichtig, den Creator Code Mizi nicht vergessen, vielen lieben Dank an die Asch. So Freunde, wir sind auf meiner eigenen Map, Abonnieren und Glocke aktivieren wir nicht, da hat mich sehr supporten, vielen lieben Dank für den krassen Support. Wir haben jetzt die Winter Sky ausgerüstet, ich werde euch die mal zeigen, let's go Freunde, den alten Glider haben wir von ihr da mitgenommen, sehr nice, das Ganze, wir schauen uns mal, oh, das ausschaut, wenn es schießt, so schaut das Ganze aus, diese Pickaxe habe ich diese, diese Schwertelben genommen, ist sehr nice. So, jetzt das Ganze auch, eben, da sieht man die Sky, und zum Vergleich, mal nochmal die Olde Sky, dass man es zum Vergleich sieht, wie das ganz genau ausschaut, auch von hinten, dass ihr nochmal den Vergleich habt, so schaut das Ganze dann aus, auch wenn man es nie beieinander hin tut, ist sehr nice, da sieht man die Winter Sky, und die Olde Sky, wir schauen uns den Skin, oh, wie er ausschaut, so schaut ein Kurs aus, wie er ausschaut, wenn man klettert, und wenn er rutscht, und let's go, so Freunde, wir haben den Skin ausgerüstet, Winter Wonder Sky, kostet 1200 V-Bucks, wir haben dazu genommen, noch den Gleiter von der damaligen Sky, da sieht man, das passt ganz gut dazu, hinten haben wir die Backblink eben, und dieses Schwert, weil das eben bei der Battle Pass Sky ADM, beim Rucksack eben drauf war, das schaut euch sehr nice aus, wir werden uns den Skin dann nochmal genauer anschauen, wenn wir es so haben, wenn wir es dann hier nochmal anschauen, so schaut er eben von vorn aus, dann sieht man den nochmal richtig nass, mir gefällt er mit dieser Mütze, und den Flügel, schaut richtig nass aus, und dann schauen wir mal, let's go Freunde, so schaut es dann aus, wenn sie sich mit einem Hammerfrog bewegt, ist auch richtig nice, so Freunde, da habe ich euch den Skin vorgestellt, Sky, kostet 1200 V-Bucks, ist ein richtig nasser Skin, wenn euch das ganze Review gefallen hat, lasst ein Like da, und jetzt mein Kanal aktiviert die Glocke, checkt so die anderen Reviews aus, euch erkennt mit sich, ciao, danke sehr, was pfütt euch.